Hallo meine Damen und Herren! Willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, was wir in den nächsten Folgen machen sollen, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ansonsten kann ich es ja nicht wissen. Oh, was ist denn da hinten wohl? Na, das gucken wir später. Wir befinden uns heute hier, kurz vor Nettikertis Thron und die Ruin von Neukemi. Das sind so Ziele, die wir die nächsten Tage jetzt nochmal angehen wollen. Heute mal das. Vielleicht schaffen wir auch das noch. Hm, was hier wohl ist? Nun gut. Und eventuell dann auch mal irgendwann... Warte. Gucken wir mal genau in die Richtung, wo ich es gesehen habe. Da. Das könnte allerdings die Docks von Neukemi sein, beziehungsweise irgendetwas, was dort oben am Hang ist. Na gut. Das werden wir uns einfach mal anschauen. Das da eventuell auch noch. Na gut. Also ihr seht, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Ich finde das hier schöner als auch in dieser schwarzen Gegend. Die Fun Zone ist auch vorbereitet. Kein Scherz, das heißt wirklich so. Fun Zone. Das heißt immer, ein Rad der Schmerzen, ein Spawnpunkt, was zum Essen und so weiter. Ist alles vorbereitet. Ich war hier ja schon mal. Und Sonja ist auch bereits entschärft. Das heißt, jetzt gibt es das Intro und dann geht die Prügelei los. Yippie! Ja, ja, ja. Wir wurden schon entdeckt. Würdet ihr denn was tauben? Nein. Stygischer Kämpfer, drei wollen wir nicht. Moment, es ist ja sogar nur Zweier. Also ich hätte gerne ein paar Stygische Kämpfer. Aber Zweier brauchen wir nicht. Oh, warte mal. Menschen besiegen. Alright. Ledermauskehrtum besiegen. Flurschreiben besuchen. Menschen besiegen. Steine und Waffen. Ah, okay, okay, okay. Na gut, also wir gehen hier tödlich rein. Sonja nicht, weil Sonja kann ich nicht frühzeitig bremsen. Mich schon. Und wir gucken mal, was wir hier alles so finden. Also Bogengeschütze 1. Nein. Was war denn damit? Es kostet uns mehr Material als Nutzen. Na gut. Sonja räumt da oben der Wald schon mal auf. Das finde ich gut. Dann müssen wir es nicht machen. Nettikerti ist da. Oder wie auch immer sie heißt. Auf jeden Fall dort ist sie. Irgendjemand ist dort. Bogengeschütze 3 wäre vielleicht nützlich gewesen. Wollen wir uns jetzt aber mal sparen. Aktuell sehe ich auch nicht wirklich irgendwas, was wir haben wollen. Sie hat einen betäubt. Okay. Also was machen wir? Hauen wir alles platt? Wir hauen erstmal so bedingt alles platt. Was hat der? Das ist ein Bogengeschütze 2. Hätten wir lieber einen 3 erleben lassen. Na gut, na gut, na gut. Also wir sind ja hauptsächlich hier zum Plündern irgendwie. Ja, ich habe die Statue gerade links gesehen. Keine Sorge. Zack. Mistiöse Figur von der Chochos. Okay. Bogengeschütze 2. Ist jetzt auch nichts Atemberaubendes. Auch ein Bogengeschütze 2. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir hier was Gutes finden. Aber ich wollte mich halt vorbereiten, dass die Eventualität mit eingeschlossen werden kann. Zum Beispiel, wenn wir hier so coole... Was haben wir denn da? Rüstungsmacher? Was haben wir denn hier? Einen Rüstungsmacher 2. Ja, vielleicht finden wir aber irgendwas cooleres. Einen Rüstungsmacher 3 oder so. Vielleicht sogar, ohne dass ich es wusste, ein Named NPC. Das wäre schon cool. Aber, falls das nicht so ist, dann machen wir sie halt alle platt. Also das ist jetzt ganz so ein Wettrennen. Ist sie eher betäubt oder tot? Dann haben wir hier einen Kämpfer 3. Ja, gut. Also ihr wisst ja, ich bin ein totaler Sonja-Freak. Ein Sonjatiker quasi. Und ihr wisst ja, dass wir schon eine zweite Sonja in der Produktion haben, die leider einfach noch nicht fertig ist. Aber gut. Irgendwann wird sie fertig sein. Ich hatte einfach noch keine Lust so lange zu warten. Bei der ersten hat mich das schon Tage gekostet, wo man da einfach dumm neben steht. Na gut. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann zwei Sonjas. Und ich denke, das wird dann auch reichen. Was? Ja, ja, ja. Wird schon wichtig gewesen sein. Ihr habt alle nichts cooles, kann das sein? Nee, ihr habt aber so wirklich nichts cooles. Ihr seid aber richtig langweilig. Ihr könnt froh sein, dass ihr tot seid. Ihr hattet ein richtig langweiliges Leben. Ja gut. Hier ist nichts, was wir uns sammeln können. Nein? Cool. Ja, diese nette Kerti oder wie auch immer sie gerade heißen mag. Was auch immer dort gerade hinten gespawnt ist als Elite. Das wird sich natürlich nicht von Sonja beeindrucken lassen. Das heißt, das ist eigentlich eher Zeitverschwendung. Aber gut. Bei der alten Serpent! Was? 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 Bei der alten Serpent! Ja, guck mal. Schmelzer 3 zum Beispiel. Das ist jetzt nichts atemberaubendes. Aber der sitzt immer am Ofen und schmelzt Dinge. Also, ich glaube den nehmen wir mal mit. Da lassen wir Sonja mal quasi ihren Spaß. Wie kümmern wir uns um den hier? Ah, guck mal. Menschen besiegen. Kompleted! Zack! Bei der alten Serpent! Enemies in der Gate! Mach du mal den. Den hier quasi. Enemia. Oder Enemien. Sie hat halt auch einen Gladius und das mag ich gar nicht. Weil wir wissen ja beide was ein Gladi anrichten kann. Boah, Alter. Das ist jetzt gerade mal so richtig nervig, dass mein Ziel immer switcht. So. Das wäre also geklärt. Die konnten wir uns leider nämlich nicht gefügig machen. Umkehrschluss. Musste es leider auf diese Weise enden. Kämpfer 3. Ah, ist ohne Witz. Sonja ist hilflos ohne Waffe. Tja, gut. Ich meine, was taugt der beste Handwerker, wenn er nicht das richtige Werkzeug hat, ne? Guck mal, das ist ein Koch 3. Aber wir haben auch einen Koch bei uns. Habe ich immer irgendwo gefunden. Ich weiß gar nicht mehr wo. Irgendeine Piratenbraut haben wir, glaube ich. Zack, zack, zack. Sieben Stufen Gift. Acht, neun, zehn. Und jetzt, komm, ich lasse mich einfach sterben. Höhöhöhöhöhö. Jetzt. Gut. Den könnten wir uns theoretisch noch holen. Die Frage ist, brauchen wir sowas? Ich meine, ich kann sie schlecht alle hochleveln. Ja. Für Purges und so wäre es schon praktisch. Das Problem ist, ich muss sie auch alle ausbilden. Ach, na gut. Wisst ihr was? Wir können ja mal ein paar ausbilden. Und dann können wir immer zwei gleichzeitig mitnehmen. Das werden dann auch interessante zukünftige Folgen. Das sind dann unsere Ausbildungsfolgen. Da gehen wir dann rum mit zwei KämpferInnen. Und dann lassen wir die alle ausbilden gleichzeitig. Dann skillen wir uns um dafür. Genau, das machen wir. Das wird dann bestimmt total witzig. Dann haben wir irgendwann eine Armee aus 20ern. Das wird fancy. Apropos fancy. Warte mal. Wo ist denn hier fancy Nancy? Da. Zack. Uch. Knochen und Tierhaut. Ich bin mir auch nicht sicher, warum sie Tierhaut hat. Da bin ich ganz ehrlich. Aber gut. Menschenhaut wäre doch interessanter. Ah, wir gucken gleich sofort dahinten. Gibt es denn hier irgendwas Spannendes? Soweit ich weiß, gibt es hier irgendein Rezept, glaube ich, was wir lernen können. Es kann zumindest hier jemand... Warte mal. Also jetzt muss ich anfangen aufzuhören zu sagen. Glaube ich. Aber ich glaube... Genau, da oben seht ihr, da ist ein Rezept, das wir lernen können. Auf dem Weg da hoch können Figuren sein. Und da oben ist glaube ich ein Named NPC. Und da oben ist das, was sie manchmal, die wir theoretisch finden könnten. Ein schön luftiges Schlafzimmer, bin ich ganz ehrlich. Also meins wäre es nicht... Ist ja nicht wirklich Privatsphäre, ne? Na gut. Ich muss da ja nicht schlafen. Ich muss da ja nicht schlafen. Wen haben wir denn hier? Die 56. Ist nicht so wichtig. Nehmen wir doch mal mit. Für all diejenigen, die es nicht wissen. Und jetzt tut mir nochmal einen Gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie wir an leuchtende Essenz kommen. Ich weiß, das habe ich euch damals schon mal gefragt. Aber... Ich würde das gerne nochmal wissen. Hat jemand von euch eine Ahnung, wie wir außer zum Sammeln an das Rezept von leuchtende Essenz kommen? Das würde mich nämlich tatsächlich sehr interessieren. Sonja, komm. 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 Wir kämpfen hier unten. Na guck mal. Eine Zartpriesterin. Ist das so eine gute? Eine Zarttänzerin. Huh. Entschuldigung. Ist Tänzerin jetzt gut oder ist das schlecht? Also, wenn ihr wisst, wie wir außer die Dredgems... Wie heißt das? Die... Abgrund... Die abgrundigen Tiefen oder so? Genau. Wenn ihr irgendwie wisst, wie wir sonst noch an das Rezept kommen, außer auf der ersten Insel, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Soweit ich weiß, gibt es das nämlich maximal mit gut Glück, wenn wir Figuren beschwören. Bei den Teichen. Aber sonst wüsste ich jetzt gerade keine Methode. Können wir... Und gelogen. Ihr kommt nicht an diese Kiste ran. Das ist doch grausam. Fixt das doch mal bitte. So, was haben wir denn hier? Äh... Hier können wir nichts nehmen. Hier haben wir nichts, was wir nehmen wollen. Und was haben wir hier? Zack. Äh... Zack. Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit. Chill, chill. Nö. Vielleicht müssen wir es so aktivieren, dass es anbleibt. Nö. Irgendwie... Nö. Haben wir eine neue Religion gelernt? Und... Religion. Ich glaube, wir haben eine neue Religion gelernt. Das würde auch die Zartpriesterin erklären. Mitra. Oh, das wollte ich ja eh mal machen. Ich weiß nicht, warum wir Mitra gelernt haben, aber wir haben Mitra gelernt. Finde ich gut. Denn ich wollte ganz gerne mal ausprobieren. Phönixschwert? Ja, das können wir ausbilden. Stab... Oder doch... Vielleicht Zart. Speer. Dolch. Ich könnte mir vorstellen, dass die vergiftet sind. Set-Akolyt. Haben wir ja gelernt. Also Schlangenbiss ist auf jeden Fall vergiftet. Keule. Beschissene Keule. Die könnt ihr total easy herstellen. Die hat auch einen guten Gesundheitsschaden. Die ist aber richtig schlecht. Wie mir hat die Axt. Genau. Der Keto hat den Lusträuber. Ich bin mir nicht sicher. Also ich finde die Waffen hier gehören massiv überarbeitet. Weil die sind richtig schlecht. Also allgemein. Es wird überhaupt nicht nachgezogen an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Hier sind so richtig viele schlechte Dinge bei. Well, was haben wir denn hier so? Zimmermann 2. Zimmermann 2. Gut. Also Zimmermann 2 brauchen wir jetzt nicht wirklich. Kämpfer 3. Ah, gut. Kann man machen. Muss man sich jetzt aber auch nicht gönnen. Oh. Sie sind betäubt. Heißt das, wenn sie durch Gift geschwächt wird, wird sie schneller betäubt? Das ist eine interessante Idee. Wollen wir Zimmermann 2 mitnehmen? Also ich hätte gesagt, dann wenigstens ein Zimmermann 3, oder? Also 2. 2. Hm. 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 Na. Nee. Nein. Obwohl, ich meine sie liegt schon einmal da. Ich weiß es nicht. Tun wir einfach mal so, als hätten wir sie vergessen. Okay. Wir ignorieren sie jetzt einfach. Vielleicht vergessen wir sie dann wirklich. So. Allerdings, was wir nicht vergessen, ist hier oben gucken, nachdem, ob ich recht hatte. Aber ich glaube es war ein NPC, der dann spawnt. Named NPC. Und den haben wir ganz offenkundig hier gerade nicht vorhanden. Okay. Aber dafür haben wir das. Nehmen wir das mit. Pistole sind auch nie verkehrt. Ich glaube es war... Da schon wieder. Ich glaube. Was ist das? Okay. Nee, da war es nicht. Nettikertis Throne müsste da... Da hinten sein. Nee, da sind wir. Was ist das hinten? Die Ruinen von Neukimi. Da gab es einen Ort. Wo wir uns noch was mitnehmen können. Ich dachte gerade... WTF? Ja, sorry Sonja. Du bist da... Warte. Komplett nutzlos. Das geht diesem Pavian hier nichts ausrichten. Oh, ein ganz schön großer Pavian. Ja klar. Die ganze Zeit wenig Leben verlieren und jetzt auf einmal. Ja, ja, ja. Na guck. Wenigstens der hatte irgendwas befriedigendes dabei. Sie hat überhaupt nichts dabei. Die Kiste war ja auch nutzlos. Warte mal. Ich kann das jetzt aber nicht lesen oder so. Was ich total bedauere. Das wäre mal wieder so ein cooler kleiner Story-Hint vielleicht. Oder sowas. Na gut. Hier haben wir nichts mehr. Na, angweilig. Wie konnte... Na egal. Hier geht es nur noch da runter. Genau. Von hier geht es dann halt Richtung Neukimi. Gut, das einzige was wir hier noch machen könnten... War das das hier? Die Gegend? Ja, oder? Genau. Hier gibt es nämlich noch so eine kleine Stadt. Quasi. Ein bisschen aufgebaut wie die alte Stadt damals. Apropos, wir werden auch bald in Zukunft wieder nach Neugurgistan dahinten gehen. Auf der anderen Map. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Also sprich in diese Schatzsucherstadt. Mal gucken, was wir da so alles finden werden. Immer gespannt, ob sich das Land der Verbanden irgendwie... wieder in unser Herz arbeiten kann. Oder ob wir es vielleicht besser lassen. Da steht doch jemand. Den wir eben galant ignoriert haben. Was ist das für jemand? Haben wir die hier gelootet? Na gut. Also, was bist du denn? Du siehst aus wie ein Zuchtmeister, aber wir bist nur ein Gesell. Und da rechts liegt doch was auf dem Schiff. Äh, Schiff. Tisch. Die Frage ist, ob wir das auf diesem Tisch benutzen können. Oder halt eben nicht. So, wir hätten einmal das. Und einmal das. Und natürlich können wir bei... Warte mal. Können wir es benutzen? Das Banner des Bastards. Sehr schön. Stimmt. Das war das versteckte Ding, was ich meinte. Ich wusste, irgendwo liegt irgendetwas rum, was man lernen kann. Ich war mir nicht mehr sicher, was. Also hier haben wir das. Banner des Bastards. Schön. Wir könnten nochmal eben da runter. Komm, wir nehmen die Abkürzung. Guck mal auf, hört mal zu kriechen. Ist doch kein Hund. Okay. Aber zufällig jemanden hier, der befreit werden möchte. Nein. Schade. Haben wir denn hier noch irgendwas Cooles? Oder war das jetzt alles sinnlose Zeitverschwendung? Also so richtig, 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 das Bahnbrechen haben wir nämlich nicht gefunden. Wie sollen die Stacheln in der eigenen Stadt? Wenn die so eine Angst haben vor Angreifern, sollten sie vielleicht ihre Truppen mal aufstocken. Na gut, find mal gutes Personal heutzutage, ne? Ne, Sonja? Entschuldigung. Haha, sie ist sauer. Na, guck mal, wer wieder wach ist. Du bist Kämpfer 3. Ach komm, weißt du was? Komm, 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 komm. Soll sich ja auch ein bisschen lohnen, dass wir hier sind, ne? Mach ich überhaupt Schaden? Blüpp. So. Jetzt nehmen wir den auch noch mit. Nein, wir wollen nicht angreifen. Wir wollen die mitnehmen. Genau, Sonja. Wir wollen nicht das, was wir erbeutet haben, töten. Uiuiuiuiui. Okay, aber ich. Fataler Verlust. Ich sollte meine Rampe hier hochbauen. Zack. Und play. Ich hab's vergessen. Jetzt, guck mal da. Jetzt haben wir wenigstens Schmelzer bekommen. Und zwei Kämpfer. Nichts atemberaubendes. Dazu haben wir Bockruck bekommen. Und Chochos. Darf ich darauf hinweisen, dass das beschissene Figuren sind. Aber gut. Und wir haben noch 56. Und benutzen. Du bist überlastet. Wie kommt das nur? Vielleicht durch Eisenstein? Kann weg. Tja. Ansonsten. Federn können definitiv weg. Die brauchen wir nicht mehr. Essen. Benutzen. Wenn's keine Wirkung hat. Beständigkeit. Rüstung. Galaxie. Mhm. Gesundheit. Nehmen wir das mal. Und das mal. Aha. So. Jetzt sind wir gebufft. Ist sogar richtig fancy. Acht. Sieben. Acht. So. Werte. Mhm. Chaos. Wir hier gepusht sind. Haben wir irgendwas abgeschlossen? Nein. Bildermauskreaturen und Flurschreien. Sehr schön. Ja. Steine sammeln und Waffe herstellen. Da werde ich euch jetzt garantiert nicht mit belästigen. Sag mal. Wo ist Sonja? Andere Frage. Wie ist Sonja? Wieso ist sie jetzt wieder da oben? Sonja. Hör doch mal bitte auf jetzt. Die kriegt nicht genug. Ich sag es euch. Wenn ihr eine Sonja hier habt. Da guckt euch das mal. Unersättlich. Die Kleine. Unersättlich. 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 Kämpfer 2 wollen wir eh nicht. Ja. Also wir suchen noch gute Handwerker. Mal gucken. Vielleicht finden wir in den anderen Lager hier ein paar Handwerker. Ich baue uns da noch mal eine kleine Funzone auf. Ich glaube nicht, dass sich hier irgendwas erneuert hat schon. Was haben wir denn da überhaupt? Einen Rüstungsmacher. Na ja. Guck mal. Den könnten wir vielleicht noch mitnehmen. Aber sonst? Ich wüsste halt nicht, was wir jetzt hier noch sonst wollen. Oh. Einen Rüstungsmacher haben wir. Aus Versehen getaggt. Jetzt wollte ich mich eigentlich gerade verabschieden. Jetzt ist hier noch richtig Action. Nur weil Sonja meinte. Ach komm. Ich gehe noch mal rein. Ich sage noch mal eben. Tschüss. Höflich ist sie. Kann man ihr nicht absprechen. Höflich ist sie. Wirklich. Also das ist sie. Also da kann man wirklich nichts zu sagen. Aber. So richtig mitdenken. Ich sag mal. Vielleicht gab es da vielleicht einen oder anderen Schlag auf dem Kopf. Ein bisschen zu viel. Aber. Na gut. Komm. Wir haben jetzt einen Rüstungsmacher bekommen. Gratis. Wo wir denn eigentlich nicht wollten. Ja. Da möchte ich auch nehmend NPCs haben. Na ja. Wir können ja austauschen auf Dauer. Habt ihr irgendeine Idee? Wo wir gute nehmend NPCs herbekommen? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ja guck. Wir hatten nicht mal irgendwas. Oh. Grausam. Zum Zurückkehren beordert Sonja. Wir gehen jetzt nämlich nach Neukimi. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr habt Spaß und konnte mit dieser Folge was anfangen. In der nächsten Folge stürmen wir das kleine Luftschloss da oben. Und anziehen wir mal was uns dort erwartet. Seid wieder dabei. Vergesst nicht das Abo da zu lassen. Und wenn ihr mich richtig supporten wollt, dann tut mir doch einen Gefallen. Werdet Mitglieder. Glocke nicht vergessen. Bis dahin. Valaroyeris. Euer Wolf. Danke nochmal an alle Unterstützer und Unterstützerinnen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ohne euch wäre all das nicht möglich. Ich hoffe auf gute und schöne Projekte in der Zukunft. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.